ja hallo liebe freunde selbst weiß ich mal wieder am start und ja lange zeit keine videos mehr gemacht liegt wohl daran so dass ich momentan nicht allzu viel lust hatte irgendwas zu machen muss ich ganz ehrlich sein aber nichts desto trotz machen wir ja trotzdem weiter ich hoffe ihr habt ja ein bisschen verständnis für dass er nicht immer ein video hochkommt und aber ab und zu kommt auch wieder eins hoch so garantiere ich euch denn ich habe auch ein neues spiel was ich euch vorstellen werde so die nächsten tage momentan will ich nichts weiteres dazu sagen wird eine kleine überraschung werden für den einen oder anderen wird das ein gutes spiel sein für den einen oder anderen auch wiederum nicht aber soll mir egal sein ich finde es auf jeden fall nicht schlecht wird auf jeden fall die nächsten tage dann auch hochgeladen werden aber momentan muss ich das erst mal schneiden und dies und jenes und nach dem wunderbaren kleinen spiel renntchen die ich gemacht habe muss ich jetzt erst mal was trinken aus diesem grunde habe ich mir gestern dieses wunderbare bier wieder holt wo wir heute probieren neuen rekord aufzustellen das heißt zwei bier in unter drei minuten 28 muss ich hinkriegen da das die bestzeit war die ich damals aufgestellt hat jetzt mal gucken ob ich es hinbekommen werde ansonsten sollte es in fünf minuten eigentlich geschafft sein ansonsten wäre das natürlich alles ein bisschen übel aber ich probiere auf jeden fall mein bestes es ist das wunderbare staropram bier mit 5.0 alkoholik experiancer von 1869 es ist ein tischisch-slobarkisches bier und auf jeden fall nicht schlecht schön kalt nicht zu kalt genau richtig und ein paar kramschips nebenbei die ich aber einfach nur so smake also das hat jetzt mit der trinkerei nichts zu tun war nämlich letztens beim wunderbaren chinesen oder beziehungsweise gestern war ich beim chinesen und der hatte ein bisschen hart aber immer wieder geil nur zu empfehlen ich liebe die dinge eigentlich hätte mir auch mein gehirn einschalten sollen hätte mir eine tüte kramschips erholen können aber das ja ein anderer fall so ich habe mein gläschen hier da schütten wir was ein darin wie gesagt zwei stück gucken wir mal was hinkriegen ich mache das jetzt schon mal bereit hier war eben ein bisschen saft drin aber soll mir egal sein nehmen wir jetzt einfach zu bier ein bisschen was probiere auch ein bisschen aus der flasche jetzt zu holen weil mein mein trinkgefäß ist leider kaputt gegangen so wir machen das jetzt schon mal auf mein mein uhr liegt auch schon da es gibt ein bisschen was ich hoffe das ist auch in ordnung meine uhr hier hin tun und ja dann würde ich sagen es beginnt auch weil das lied geht genau drei minuten 28 sekunden im prinzip muss ich dann genauso schnell sein wie das wie das lied so ich würde sagen es geht los das hände ich so geil aufgeroll 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020